In Karlsruhe ist Frank Breutigam. Herr Breutigam, warum verfügt das Bundesverfassungsgericht in diesem Fall Geheimhaltung? Es prallen hier ja zwei Interessen aufeinander. Das Recht des Parlaments auf Information, auf Kontrolle und die Aufgabe der Bundesregierung, für Sicherheit zu sorgen, vor Terrorismus zu schützen. Und da sagt die Bundesregierung, der Informationsaustausch mit den Diensten auch in den USA, der ist eine ganz wichtige Basis dafür. Und wenn dabei grundsätzlich die Vertraulichkeit nicht mehr gewährleistet sei, dann könne eine Sicherheitslücke entstehen. Und diese Argumentationslinie akzeptiert das Bundesverfassungsgericht in diesem konkreten Fall, sodass die Sicherheitsinteressen höher hängen hier als das Informationsinteresse des Parlaments. Herr Breutigam, welche Folgen dürfte dieses Urteil jetzt für die Arbeit der Geheimdienste haben? Ich denke, die Dienste können davon ausgehen, dass der Regelfall die Vertraulichkeit bleibt und das Offenlegen von Informationen die Ausnahme bleibt. Das sind allerdings sehr schwierige Abwägungen hier. Das Gericht hat auch schon sehr oft die Rechte des Parlaments gestärkt. Das ist ihm auch immer wichtig. Und auch der Untersuchungsausschuss hat in diesem Verfahren einen Teilerfolg erstrebt. Denn es wurde ja so eine Art Sonderermittler hier eingesetzt. Ein ehemaliger Richter, der stellvertretend für den Ausschuss die Dokumente einsehen sollte. Und so eine Kompromisslösung, damit müssen sich Parlamentarier ausdrücklich nicht abspeisen lassen, hat das Gericht heute gesagt. Frank Breutigam aus Karlsruhe, vielen Dank.